Und noch, noch mal, noch mal, noch mal. Weh, der ist nichts da oben. Okay. Weh. Wir haben einfach so eine steile Wand hochklettern können. Erstaunlich. Besonders schnell sei hier nicht, aber... Trotzdem. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay. Was ist jetzt hier? Ich hoffe, irgendwas Wichtiges. Oho. Es verbraucht zwei Bratworte Spektralschnecken für Conan D6. Tja. Wer will das denn nicht in Spektralschnecken? Wichtig. Das ist doch nicht normal. Wer hoht das schon ist, guckt euch das doch mal an. Ich weiß nicht, es hockt ja dann auf mich am meisten, weil das so ewig lange dauert. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein geheimer Ort oder so. Pseudo, Pseudo-Gift-Efeu. Der sieht aber krass aus hier oben. Schöne Aussicht. Oha. Ich kann immer noch die Kraft fühlen. Was ist das denn? Ein Listerlos. Ich will mich auf einmal Level 60 hegen. Lieber nicht hingehen. Ganz ehrlich. Zeigefinger. Ja, das sind schon die Schlechten. Ich kletter jetzt nicht den ganzen Schmarrn wieder runter. Aber ich habe etwas vergessen. Ne, habe ich nicht. Von wegen. Ich habe etwas vergessen. Ich gehe nochmal hier hin, weil den ganzen Käse da runterklettert, dann habe ich keinen Bock drauf. Sehr schön. Einfach so Level 60, einfach so. Obwohl ich nur einen geheimen Ort gefunden habe. Ich glaube, jetzt ordentliche Erfahrungenspunkte, muss ich schon sagen. Fingerspitze. Na gut, dann gehen wir mal hier lang. Ja, das ist doch der richtige Weg. Okay. Direktor. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Ja, ich will mal gucken, ob ich eine Linger freigeschottet habe, Alter. Reisepunkte. Vielleicht fehlt nur irgendwo einer. Muss mal gucken. Aber erstmal. Bionis und Mechonis. Oh, es ist so anders. Versehen sie aus diesem Art von der Perspektive. Wir können es nicht sehen. Aber unsere Leute sind immer noch da. Es ist schwierig zu glauben, dass zwei so großartig sind. Die Menschen nicht so großartig sind. Wir müssen uns immer wieder aufstehen. Wir wissen, wie die Makểner fühlen sie nach dem Moment. Das muss schon gewesen sein. Es ist auch schrecklich. Angst hat uns von Grunde genommen. Aus Angst haben wir schreckliche Atrofen, und sie bezeichnen, die Selbstversorgung. Angst gibt es mehr Angst. Ein immer-endungs-Kirkel von Angst. Vielleicht kann dieser Kirkel sein werden. Angst. Es muss sein, was das führt. Was macht Egel so? Oh. Oha. Ok. Blink ist kein Zugang. Wo bin ich jetzt? Mal schauen. Ne Konnesollen. Oh Gott, ist das groß. Fünfgeschosse. Okay. Okay. Wir sind in der Mechonnes. Just how I imagined it. It's all totally mechanical. It ain't gonna be easy, getting up this thing. Egil is at the top. Oben wartet Egil, wenn's weiter nichts ist. So. Wenn's sonst nichts ist, dann ist sie auch gut. Okay. Er hätte mich sowieso angegriffen. Von daher. Zack. Stier. Zack. Juhu. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. Der Rottener für den ganzen Hauptstopper ist. So einfach ist das. Aufzug, erstes Obergeschoss. Schalttafel. Hoch. Untergeschoss. Verliegen dir. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas... ...vorliegen weil hier auch so viel ist. Okay, aber der führt nach oben. Okay. Dann muss ich den finden, der nach oben fährt. Schon mal gut zu wissen, dass unten überhaupt nichts ist. So. Yes. So. 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 Und dann noch mal den Viel mal PAU Wie Alvin jetzt sagen würde Alvis Ich denke ich muss den benutzen Was ist das, Schulk? Schau, es ist ein Veränderung für ein Lift Wenn wir es arbeiten können, sollte es uns aufstehen Rikki, willst du ein Lift? Wir können nicht, es gibt keine Power zu gehen Boring Was machen wir? Na ja, wenn wir die Hauptkraftwerke finden können... Okay Leute, schauen wir mal! Ja, wenn wir die Kraft mit dem Wettbewerb verbinden können, sollten wir den Lift nutzen können. Ja! Ganz hoch hinaus. Aktivieren. EG Hauptstuhl. Juhu! Level 60! Da vorne is er doch. Ja ja, ich weiß. Oh, das war eine schwere Aufgabe. Ich hab mich ja fast überfordert. So. Ein blaues Rädchen. Was ist denn hier für ein Geräusch? Schau mal, dieses Dün. Das irritiert mich voll. Wird das zur Musik, oder? Was soll das sein? So, einmal hoch. Tschüss meine Freunde. Ach, da sind sie ja wieder. So, jetzt muss ich den... ... für den dritten. So, aber das, meine Freunde, machen wir erst wieder im nächsten Part. Bis dahin. Tschüssi, Kurski. ...